Willkommen zum Short Review Review über das Transformers G1 Panini Sticker Album. Es erschien 1986. Die Cartoon-Serie war zu diesem Zeitpunkt gut ein Jahr zu sehen und die Toys verkaufen sich ebenfalls bestens. Nur Deutschland spielte nicht mit. Hier hielten wir das Album erst 1990, als bei uns der Cartoon auf RTL gesendet wurde, in den Händen. Ich hatte es damals von Beginn an, also 1986. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits ein großer Transformers-Fan durch den damals frei empfangbaren UK-TV-Kanal Sky Channel. Dort lief insbesondere am Wochenende mindestens eine Transformers-Episode. Als dann meine Nachbarn Urlaub in Großbritannien machten, bat ich sie, mir eine Transformers-Figur mitzubringen. Ich bat sehr intensiv. So erhielt ich nicht nur mein G1 Astro Train, sondern auch ein Sticker Album. Das war echt eine Überraschung, denn ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Sie haben es einfach so mitgebracht. Zu dem Album kamen noch 10 Stickertüten und ich war zunächst erstmal glücklich. Leider war mein Album damit nicht gefüllt, deshalb schrieb ich auch Panini Deutschland an und wollte Sticker dort abkaufen. Und leider hatte ich auch kein Glück, denn ich bekam nie eine Antwort und es kann sogar sein, dass ich damals einen 10 Mark Schein mitschickte, aber genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Letztlich musste ich bis 1990 warten, als dann die Sticker bei uns wirklich zu kaufen waren. Dann vervollständigte ich mein englisches Album als auch mein deutsches. Gleich zu Beginn kann ich festhalten, dass die Alben, abgesehen von der Sprache, sich nur über die landesspezifische Bestellinformationsseite, die vorletzte Seite, unterscheiden. Schon allein die Titelseite mit diesem wunderbaren Artwork beeindruckt. Das ikonische Transformers-Logo, darunter groß das Decepticons-Symbol. Die linke Seite gebührt den Decepticons. Zunächst ihr Raumschiff Nemesis, welches die Autobot-Arche beschießt. Darunter ein heranfliegender Starscream, der sich vom F-15-Jet in einen Roboter transformiert. Weiter Soundwave mit seinen Kassetten, dem Adler Laserbeak und dem schwarzen Panther Ravage. Optimus Prime steht heroisch mit erhobener Waffe in der Mitte, unter ihm seine Truckform. Rechts die Autobots Jazz, Mirage, Sunstreaker als Roboter. Prawl, Hound und Bumblebee nur als Auto. Alles von einem Hintergrund, der sich an der amerikanischen Nevada-Wüste und ihrem großen Felsen orientiert. Der Vulkan St. Hillary, wo später die Arche hineinstürzt und den Autobots-Stützpunkt bildet, ist ebenfalls vertreten. Überhaupt scheint sich das Artwork an den ersten Opener des Transformers-Cartoons zu orientieren. Das Cover, was wir betrachtet haben gerade, entstammt meiner UK-Version. Denn, wie zu sehen, steht auf meinem deutschen Werbealbum mit sechs Bildern. In diesem Sinne gab es mehrere Versionen. Grundsätzlich eines für 1 Mark und 50 Pfennig oder 2 Mark zum Kaufen. Genau weiß ich es leider nicht mehr. Es steht normalerweise auf der Rückseite, nur nicht auf den Alben, die zur Werbung verkauft werden. Da war das Cover ohne irgendwelchen Aufdruck. Eben wie bei meiner UK-Version. Dann die Werbealben, die teils zum Gratis-Mitnehmen im Spielzeugladen auslagen. Sie hatten entweder jenen festen Aufdruck oder einen Aufkleber mit ähnlicher Information. Die sechs Bilder aus meinem Album habe ich sogar noch. Es sind übrigens immer die gleichen, es gibt dort keine Variation. Insgesamt wurden 256 Stecker benötigt, um es zu füllen. Blättern wir das Album einfach mal durch. Das Einzige, was bei meinem fehlt, ist die Nachbestellkarte, die mit eingeheftet war und ich herausgetrennt habe, weil ich damals Bilder nachbestellte. Seite 1 hat eine wunderbare Einleitung. Der Text lautet Es gibt Roboter und Roboter. Hast du eigentlich genaue Vorstellungen von Robotern? Stellst du sie dir als mechanische Sklaven vor, die den Menschen bei seiner Arbeit helfen? Oder glaubst du stattdessen, dass diese superperfekten Kreaturen eines Tages unsere Planeten beherrschen werden? Bevor wir uns hierzu ein Urteil erlauben, sollten wir unser Augenmerk auf die Mächte des Guten und Bösen richten. Nimm zum Beispiel die Transformers. Bei ihnen sind zwei Kräfte am Werk, die Autobots und die Decepticons, die den immerwährenden Kampf zwischen gut und schlecht, zwischen richtig und falsch führen. Wie aber kann man sie voneinander unterscheiden? Das ist gar nicht so einfach. Du brauchst schon ein gutes Auge, um sie an ihren Abzeichen zu erkennen, die sie an ihren massigen, stehlernden Körpern tragen. Auf jedem Abzeichen ist dein Kopf abgebildet. Einer kennzeichnet die Guten, einer die Schlechten. Es empfiehlt sich, jedem Roboter mit gehörigem Respekt zu begegnen, denn man weiß nicht immer auf Anhieb, um wen es sich gerade handelt. Aber du wirst sie an ihren Taten erkennen und dein Herz wird gewiss für die Autobots schlagen, die Kämpfer für das Gute. Eigentlich eine ungewöhnliche Einleitung, weil sie nicht direkt die Geschichte der Transformers erzählt, sondern eher auf die Konfrontation gut und böse hinweist. Klingt belehrend, denn zum Ende hin sollte man eher die Guten mögen. Ein Grund, die moralischen Gedanken hervorzuheben, lag vielleicht auch daran, dass manche zu dieser Zeit der Ansicht waren, Spielzeuge mit Waffen stumpfe Jungs ab und sei sogar vom Militär gefördert, für künftige Soldaten. Dies ist kein Witz, es erschienen sogar damals Bücher darüber. Darunter ist eine großartige Schwarz-Weiß-Zeichnung eines der kultigsten Momente aus den ersten Transformers-Episoden. Der Kampf zwischen Megatron und Optimus Prime auf dem Staudamm. Prime mit seiner Axt und Megatron mit dem Morgenstern. Diese Waffen gab es nie mit den G1-Figuren. Spätere Figuren-Versionen aus anderen Cartoon-Serien oder dem Movie hatten diese Waffen schon. Die ersten Sticker gebühren dem Autobot und dem Decepticon-Logo. Diese silbernen Bilder sind besonderen Motiven vorbehalten. Darunter aus neuen Stickern bestehend das wunderschöne erste G1-Artwork, welches auf den Rückseiten der Transformers Toyboxen zu finden war. Das Motiv zusammenzukleben ist schon eine echte Herausforderung, denn nicht immer passen die Bilder zusammen. Heute weiß ich, dass man von der Mitte aus mit dem Kleben starten und manchmal auch mehrere gleiche Sticker ausprobieren sollte. Damals hat man kindlich eben gleich drauf losgeklebt. Wie alles anfing, lautet die erste Überschrift und zeigt Episode 1 des dreiteiligen Pilotfilms unter dem Titel More Than Meets The Eye, der deutsche Titel war im Weltraum verschollen. Die Zeichnung zeigt Iacon, die Basis der Autobots auf Cybertron. Unter der Kuppel ist die Spitze der Arche zu sehen, Momente bevor sie von dort aus startet. Wie alles anfing, so sah es auf dem Planeten Cybertron aus, als dort noch Leben existierte. Cybertron wurde bevölkert von Robotern, die sich in zwei Gruppen unterteilten, Autobots und Decepticons. Die einen waren friedliebend, die anderen kannten nur ein Ziel, die uneingeschränkte Macht. So brach auf Cybertron ein schrecklicher Krieg aus. Als die Energievorräte zur Neige gingen, beschloss Optimus Prime, der Anführer der Autobots, mit seinen Männern nach einer neuen Welt zu suchen. Auch die Decepticons unter ihrem Anführer Megatron mussten den Planeten verlassen. Sie waren nicht bereit, den wahnwitzigen Krieg zu beenden und folgten dem Raumschiff der Autobots durch das All. Während ihrer Reise gerieten die beiden Raumschiffe in einen Meteoritensturm und stürzten in einen Vulkan auf dem Planeten Erde. Dies geschah vor vier Millionen Jahren. Nun aber sind nach einem Vulkanausbruch die deaktivierten Roboter wieder zum Leben erwacht. Auch die Stromkreise der Raumschiffe arbeiten wieder. Leider haben die Decepticons immer noch kriegerische Absichten. Als sie sich aus dem Vulkan befreit haben, errichten sie einen Stützpunkt. Von hier aus wollen sie neue Energiequellen erschließen, nach Cybertron zurückkehren und das All erobern. Unterdessen lässt Optimus Prime das Raumschiff der Autobots reparieren und seinen Gefechtsstand ausbauen. Kundschafter der Autobots haben bald in Erfahrung gebracht, was die Decepticons planen. Auf ihrer Suche nach Energiequellen haben sie eine Ölbohrinsel entdeckt und an allen Seiten greifen die Decepticons die Bohrinsel an. Den Robotern sind die Männer nicht gewachsen. Megatrons Leute können unbehelligt das schwarze Gold stehlen. Auf der Schwarz-Weiß-Vereichnung sehen wir das Raumschiff der Decepticons, die Nemesis, die Arche und Planet Cybertron im Hintergrund. Interessant im Text ist lediglich, dass von zwei Raumschiffen gesprochen wird, die in den Vulkan stürzen. Wer die Episode kennt, weiß, dass es nur die Arche war, auf dem sich die Decepticons und Autobots befanden. Durch ein besonderes Verfahren wird aus dem Erdöl reine Energie gewonnen. Plötzlich stoßen die Autobots vom Himmel herab und attackieren die Decepticons. Diesen jedoch gelingt die Flucht, da die Autobots sich zuerst um die Männer kümmern, die vor lauter Angst in die kalten Fluten des Meeres gesprungen sind. Die Autobots können jedoch verhindern, dass Megatrons Leute noch mehr Öl rauben. Nun haben sie auch ihre ersten Menschen kennengelernt und bieten ihnen ihre Freundschaft an. Das sind Sparkplug und sein Sohn Spike, zwei von den Männern, die aus dem Wasser gerettet wurden. Sie fragen Optimus, ob sie seinen Stützpunkt besichtigen können. Gern erlaubt er es ihnen. Hier werden die Männer Zeugen, wie sich die Roboter auf ungewöhnliche Weise in Fahrzeuge verwandeln und sehen ehrfurchtsvoll zu, wie plötzlich nicht existierende Wesen in den leeren Raum projiziert werden. Die Decepticons haben ihre Niederlage schnell verwunden und versammeln sich in ihrem Hauptquartier, um neue Aktionen zu planen. Die Suche nach Energie geht weiter. Ihr nächstes Ziel ist ein Wasserkraftwerk. Mit seinen gewaltigen Hammerarmen attackiert der Decepticon Rumble das Kraftwerk und bricht ein riesiges Loch in den Staudamm. Voller Entsetzen flieht die Bedienungsmannschaft. Ihre nächste Attacke gilt einigen Ölquellen in Alaska. Hier fassen die Decepticons einen teuflischen Plan. Mithilfe all ihrer Energievorräte wollen sie eine furchtbare Waffe entwickeln, um ihren verhassten Feinden, den Autobots, tödliche Schläge zu versetzen. Ein gefährliches Unterfangen. Der Megatron weiß genau, sollte dieser Angriff mit geballter Energie fehlschlagen, dann werden er und seine Männer in Zukunft große Probleme mit der Entschließung neue Energiereserven bekommen. Genau dieser Fall tritt ein, als sie einen neuen Angriff starten, diesmal auf einer amerikanischen Raketenbasis. Sie wissen, dass sie immer mit der Hilfe der Autobots rechnen können. Schulter an Schulter kämpfen die Männer mit den Autobots und jagen Decepticon-Krieger in die Flucht. Die Operation Energie ist gescheitert. Die mittige Zeichnung zeigt Hound und Cliffjumper, wie dieser auf die Decepticon-Basis mit seiner Waffe zählt. Eine Szene aus dem Cartoon. Spannend sind auch einige gezeigten Elemente. Die regenbogenfarbigen Elegon-Würfel werden zunächst sogar noch zusammengepresst. Später leuchten sie nur lila und bleiben in ihrer Würfelform. Interessant auch, dass wir in diesem Bild die Autobots auch als Roboter fliegen können. Selbst im Verlauf der ersten Geschichte kann es Prime zum Ende hin nur über ein Jetpack. Grundsätzlich können die Autobots sonst nicht fliegen. Die Decepticons können grundsätzlich als Roboter fliegen, egal ob sie sich in ein Flugzeug verwandeln oder nicht. Bei diesem Bild, wo sich Mirage tarnt bzw. unsichtbar macht, beschreibt der Text, wie nicht existierende Wesen in den leeren Raum projiziert werden. Diese eigentliche Szene, wie Hound ein Monster hologram erzeugt, bleibt im Cartoon vorbehalten. Witzig ist, dass Sparkplug und Spike auch in normalen Situationen ihren Schutzhelm wie normale Mützen tragen. Achtet mal darauf. Die nächste Seite gehört Optimus Prime. Die Silbersticker zeigen ihn als Roboter und Truck. Das größere Prime-Motiv aus mehreren Bildern basiert auf dem Toybox-Artwork, lediglich nachgezeichnet. Dazu gibt es eine Bio. Gruppe Autobot. Funktion Kommandant. Fähigkeiten? Dieser furchterregende Autobot kann sich in einen Fernlaster verwandeln. Seine gefährlichste Waffe ist eine tödliche Laserkanone. Sein einziges Ziel ist der immerwährende Einsatz für Leben und Freiheit. Er ist nicht nur der größte und stärkste unter den Autobots, sondern auch der treueste und tapferste. Keine Frage, dass niemand die Autorität dieses Kämpfers anzweifelt. SOS Dinobots ist der englische Titel von Episode 8, in Deutsch simpel in Die Dinobots umgetitelt. Das gezeichnete Saurier-Motiv spricht für sich. Hier erweitern die Autobots Sideswipe und Braun die Höhle ihres Hauptquartiers. Als sie eine Wand durchbrechen, entdecken sie eine Höhle, in der sich Skelette von prähistorischen Tieren befinden. Um mehr über diese Tiere zu erfahren, macht Hound im Museum Aufnahmen von vollständigen Skeletten. Wheeljack erhält nun die Aufgabe, Roboter zu bauen, die wie Dinosaurier aussehen. Das sind die Dinobots. Die Konstruktionspläne für diese Maschinen hat Spike unter Verwendung der Aufnahmen aus dem Museum entworfen. Schließlich ist der Tag gekommen, damit der Montage der Einzelteile begonnen werden kann. Wheeljack überwacht die Arbeiten. Das ist das Ergebnis ihrer Bemühungen. Slag, Sludge und Grimlock in ihrer Doppelrolle. Saurier und Roboter. Doch die Zufriedenheit der Autobots ist nur kurz. Plötzlich senkt Slag den Kopf und stürmt auf seiner Bauer zu. Er rammt sie mit den Hörnern und beschießt sie mit der Laserkanone. Die Wheeljack ihm eingebaut hat. Auch die anderen Dinobots spielen verrückt. Grimlock glaubt sogar, er könne den Computer Teletron 1 angreifen. Wheeljack will die Kreaturen stoppen, aber sie hören nicht auf seine Befehle. Es muss etwas schiefgelaufen sein. Bevor sie noch mehr Schaden anrichten, lässt Optimus sie deaktivieren und in einer anderen Höhle einsperren. Dann erreicht die Autobots ein neuer Alarmruf. Schon wieder haben die Decepticans ein Wasserkraftwerk angegriffen. Die Männer fliehen vor Angst, als Ravage, der Roboter Panther, in den Kontrollraum des Kraftwerks eindringt. Vom Fuße des Wasserfalls aus, der das Kraftwerk versorgt, kommandiert Megatron seine Truppen. Die Decepticans rauben die Energievorräte und laden damit Speicher, die sich an ihren massigen Körpern befinden. Die Autobots können sich unterdessen reorganisieren. Sie beheben den von den Dinobots angerichteten Schaden und sind wieder einsatzfähig. Das erste Gefecht führen sie auf dem Damm mit den Kampfjets der Decepticans, die ihre Kameraden auf dem Boden verteidigen. Doch Megatron steht den Autobots nicht unvorbereitet gegenüber. Wie geplant bricht Rumble einen tiefen Spalt in den Staudamm. Hilflos stürzen die Autobots in die Tiefe. Noch rechtzeitig kann Optimus Prime Kontakt zu Wheeljack aufnehmen, der in der Basis als Wache zurückgeblieben ist. Wheeljack wagt einen Versuch. Er öffnet die Höhle, in der die Dinobots eingesperrt sind. Dann checkt er ihre Systeme durch und ersetzt die defekten Teile durch neue. Sofort eiern die Dinobots den Autobots zu Hilfe. Dieses Mal hat Wheeljack ganze Arbeit geleistet. Die Dinobots erheben sich in die Luft und folgen Wheeljack in den Kampf. Optimus und die anderen sind in höchster Bedrängnis, denn die Decepticans haben sie mit starken Energieketten gefesselt. Megatron hebt die Laserkanone und richtet sie auf die fahrsten Feinde. Doch dann erblickt er die Gefahr in den Wolken und befiehlt seinen Kriegern, den Angreifern entgegen zu fliegen und die Attacke der Dinobots zu vereiteln. Aber ihnen gelingt die Landung. Slack verbreitet Furcht und Schrecken unter den Decepticans, die sich ihm entgegenstellen. Flammenstöße und Laserstrahlen, Bündel schießen aus seinem Maul und rufen bei den Feinden Panik und Entsetzen hervor. Wer von ihnen nicht rechtzeitig fliehen kann, wird von Grimlock vom Himmel geholt und findet sein wohlverdientes Ende. Wheeljack kann Optimus und seine Freunde von ihren Energiefesseln befreien. Der Kampf ist vorüber, die Decepticans haben ihn verloren. Passend dazu zeigen die beiden Zeichnungen die Dinobots. Interessant, dass unter Bild 77 von Mechatron gesprochen wird, der seine Laserkanone hebt und schießt. Zu sehen ist aber ein schießender Wheeljack. Nach Optimus Prime hat nun Mechatron seine Charakterseite. Ebenso zeigen zwei Silbersticker ihn als Roboter in Klein und als Waffenform. Das Motiv basiert ebenso auf dem Toybox-Artwork. Über Mechatron heißt es Gruppe Decepticon. Funktion Anführer. Fähigkeiten kann sich in eine Laserkanone verwandeln. Er ist besessen vom Kampf und der Aussicht, dass er eines Tages nach Cybertron zurückkehren und von dort über das gesamte All herrschen kann. Um seine Pläne zu verwirklichen, will er alle Energievorräte auf der Erde ausbeuten und die Menschheit ins Unheil stürzen. Mechatron vereinigt brutale Kraft und militärische Stärke. Die Decepticons folgen widerspruchlos seinen Befehlen. Mit den eindrucksvollen Dinobots geht es in Der Krieg der Dinobots Episode 12 weiter. Die Zeichnung von Spike, der auf einen Meteoriten zeigt, deutet den Handlungsbeginn an. In einem Observatorium betrachtet ein junger, an den Rollstuhl gefesselte Astronomen namens Chip das nächtliche Weltall. Plötzlich sieht er, wie ein Meteorit auf die Erde zurast. Er alarmiert die Autobots. Mit Hilfe von Teletron One machen die Autobots den Ort des Aufschlags aus. Sofort eilen sie mit Chip zu dieser Stelle. Optimus ist fest davon überzeugt, dass er und seine Männer von Megatron und dessen Krian eine Weile Ruhe haben werden. Doch er ehrt. Die Decepticons sind im Begriff, Computeranalysen ihrer neuen Feinde, den Dinobots, auszuwerten. Gebannt stahren die Autobots Optimus, Wheeljack, Ratchet und Ironhide in den Himmel. Auch Chip, Spike und die Dinobots warten auf den Einschlag des Meteors. Da! Ein greller Blitz! Der Meteorit schlägt auf die Erde ein. Ein tiefer Krater ist dabei entstanden. Optimus hofft, dass er sich die ungeheure Energie dieses galaktischen Feuerballs nutzbar machen kann. Um das herauszufinden, benötigen sie eine Gesteinsprobe, um sie von Teletron One untersuchen zu lassen. Das übernimmt Wheeljack. Zusammen mit Ratchet plant er auch die Konstruktion von zwei neuen Saurier-Robotern. Der Experte Chip bietet ihm seine Hilfe an. Die Decepticons haben den Meteoriten ausfindig gemacht. Soundbay verwandelt sich in einen Sender und übermittelt alle Gespräche der Dinobots, die den Krater bewachen, an seinen Chef Megatron. Dadurch erfährt Megatron alles über die Schwächen dieser drei Geschöpfe. Slag ist bösartig, Grimlock ist überheblich und Sludge nun ein wenig dumm. Diese drei kann er gut gebrauchen. Der hinterlistige Anführer der Decepticons kann die Dinobots dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Dann wäre Optimus Prime, für den sie ja doch nur reine Kampfsklaven sind, bald geschlagen. Während die Dinobots sich auf die Seite des Feindes schlagen, stehen ihre Brüder kurz vor der Vollendung. Sie haben die Namen Swoop und Snarl erhalten, denn sie können in einen Peleranodon und einen Stegosaurus verwandelt werden. Optimus ist unterdessen zu dem Meteoritenkrater zurückgekehrt. Dort wird er plötzlich von Slag, Sluts und Grimlock den drei Verrätern attackiert. Als sie mit ihren Laserkanonen das Feuer auf ihn eröffnen, ist er in Sekundenschnelle kampfunfähig. Megatron, der alles beobachtet hat, grinst triumphierend. Sein Erzfeind Optimus Prime liegt geschlagen zu seinen Füßen. Inzwischen hat Wheeljack zu seinem Entsetzen festgestellt, dass der Meteorit jeden Augenblick explodieren kann. Er gibt Swoop den Befehl, sich und Snarl zu dem Krater zu fliegen. Sie erreichen ihn in letzter Sekunde und stürzen sich auf Slag, der gerade Optimus umbringen wollte. Da explodiert der Meteorit. Grimlock wird von Optimus zur Seite gestoßen und er geht zu seinem sicheren Tod. Die Druck während der Explosion reißen die Decepticans um und wehen sie davon. Die Dinobots haben nun gesehen, dass sie für Optimus mehr sind als nur Kampfsklaven. Sie treten vor den Kommandanten der Autobots und geben ihre Waffen zurück. Mit dieser gestelte Reue schließen sie sich wieder den Autobots an. Megatrons hinterhältiger Plan ist gescheitert. Die Zeichnung zeigt einen spannenden Moment des Kampfes Prime gegen die Dinobots. Passend sind ebenso die nächsten beiden Charakterseiten von Slag und Snarl. Wie zu sehen, alle Charakterseiten sind gleich aufgebaut. Slag, Gruppe Dinobot, Funktion Flammenwerfer, Fähigkeiten. Er verwandelt sich in eine Art prähistorisches Reptil namens Triceratrops. In dieser Gestalt kann er bis 25 Meter weit eine 3000 Grad heiße Flamme aus seiner Maul schießen. Er besitzt gewaltige Kräfte und bringt mit einem einzigen Kopfstoß eine Mauer zum Einsturz. Als Autobot benutzt Slag eine elektronische Druckpistole. Seine Kameraden finden ihn nicht sehr sympathisch und halten ihn für einen rechten Einfallspinsel. Snarl. Gruppe Dinobot, Funktion Krieger. Fähigkeiten, wie sein Kamerad Slag kann er sich in ein prähistorisches Reptil verwandeln, in einen Stegosaurus. Die entwickelt er auch in der Sonne seine größte Kampfkraft. Seine gepanzerte Haut widersteht den meisten Raketen. Bei Nacht allerdings ist er verwundbarer als bei Tag. Snarl ist langsam und ein Einzelgänger. Er nimmt deshalb nur widerstrebend Hilfe anderer an. Kampf in den Wolken zeigt die nicht deutsch gezeigte Folge 7 mit dem Originaltitel Fire in the Sky. Hättest du gedacht, dass so etwas einmal geschehen würde? Nein, kein Zweifel. Die Autobots befinden sich in einer Schlacht, in einer Schneeballschlacht. Und das mitten in einer Wüste, im Hochsommer. Was ist hier bloß geschehen? Das fragt sich auch Gears, ein Autobot, der im Computer arbeitet. Sogar die Tropen sind verschneit. Optimus fragt bei Television One die Wetterlage und die Wettervorhersage für den gesamten Planeten ab. Überall ist die Temperatur gefallen und die Wärmeenergien im Inneren der Erde nehmen rapide ab. Der Grund für diesen Kälteeinbruch ist eine Operation der Decepticons. In einem Eisfeld der Arktis wandeln sie die Erdwärme in Energie um. Als sie mit ihren Laserbohrern immer tiefer durch das Eis vordringen, stoßen sie auf etwas Hartes. Es ist ein riesiger Roboter. Sofort versuchen sie, seine eingefrorenen Systeme wieder funktionstüchtig zu machen. Megatrons Adjudant Starscream identifiziert den Roboter als Jetfire, einen verscheuenen Wissenschaftler von Cybertron. Vor Millionen Jahren war er mit einem Forschungsauftrag zur Erde gereist. Damals lebten die Autobots und Decepticons noch in Frieden miteinander. Jetfire ist repariert. Er schließt sich den Decepticons an, als er von ihrem gerechten Krieg gegen die Autobots hört. Megatron triumphiert. Mit dem super starken Jetfire auf seiner Seite kann er die Autobots endlich besiegen. Der Riese wird beauftragt, den Eingang zu der Eishöhle zu bewachen, in der die Decepticons am Werk sind. Ein Spähtrupp der Autobots hat das versteckte Decepticons ausfindig gemacht. Jetfire greift sie sofort an. Die Autobots gehen in Deckung. Spike und Sparkplug wollen fliehen, aber werden von Jetfire gefangen genommen. Er bringt die verängstigsten Wissenschaftler zu Starscream und fragt, was er mit ihnen machen soll. Starscream sperrt die beiden ein und befiehlt Jetfire, sie zu töten. Jetfire protestiert. Ich bin Wissenschaftler und kein Mörder! Starscream wird wütend und schießt auf Jetfire. Unterdessen haben sich die Autobots wieder gesammelt. Da der Höhleneingang nicht mehr bewacht ist, dringen sie ein. Sie finden den Eiskäfig, in dem Sparkplug und Spike gefangen gehalten werden und befreien die beiden. Sie erzählen ihnen von Jetfire. Nach längerem Suchen finden sie ihn. Starscreams Schüsse haben seine Schaltkreise beschädigt. Ratchet versucht, den Schaden wieder zu beheben. Er ist fast fertig, da starten die Decepticons einen Überraschungsangriff. Optimus taumelt unter dem gewaltigen Feuerstoß aus Megatrons Laserkanone. Jetzt greift der verwundete Jetfire ein. Er nimmt alle Kraft zusammen. Er greift Megatron und schleudert ihn in die Höhe. Unter Aufbietung aller Energien verwandelt sich der Riese in einen Kampfjet und schlägt Starscream und seine Leute in die Flucht. Anschließend zerstört er die Eishülle, von der aus die Decepticons die Erde in einen Eisplaneten verwandeln wollten. Die Anstrengungen sind zu viel für Jetfire. Er verliert in Höhe, stürzt ab, und wird unter dem Eis begraben. Betroffen und erschüttert stehen die Autobots vor der Unglücksstelle. Er war ein großer Held, sagt Optimus leise. Er hat die Erde gerettet. Wir müssen alles tun, um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Beide gezeichneten Motive zeigen Jetfires Kampf in den Wolken mit den Decepticon Jets. Interessant ist hier, dass Jetfire im Cartoon den Namen Skyfire trägt. Hier wurde ihm der Name einer ähnlichen Transformers Figur gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war dadurch Jetfire ein exklusiver Cartoon-Charakter. Über seine Hintergründe habe ich in Transformers More Than Meets The Eye gesprochen. Das Video ist in der Infocard verlinkt. Zwischen den Geschichten folgt eine weitere Charakterbiografie. Trust. Gruppe Decepticon. Funktion Krieger. Fähigkeiten. Er kann sich in einen Kampfschirm verwandeln und seine Geschwindigkeit binnen 20 Sekunden verdoppeln. Seine unglaubliche Beschleunigung lässt nahestehende Gebäude erzittern. Er ist mit vier Luft-Luft-Raketen bestückt, die von zwei Startgeräten abgefeuert werden können. Er lässt gern die Triebwerke aufheulen, um Feinde zu erschrecken. Trust ist ein großmäuliger Koloss, aber nicht besonders mutig. Trust ist übrigens ein Charakter aus der zweiten Transformers Cartoon-Staffel und kommt in keiner der im Album gezeigten Geschichten vor. Das Duell trägt den deutschen Folgentitel Der Zweikampf. Es ist Episode 14, wo zum ersten Mal die Constructors aufsaugen. Eine Baustelle am Rande einer Großstadt. Ein normaler Arbeitssack wie jeder andere? Auf den ersten Blick ja! Plötzlich geschieht etwas Ungewöhnliches. Fremde Fahrzeuge fahren vor und laden schwere Metallblöcke auf. Im nächsten Augenblick verwandeln sich die Fahrzeuge in riesige Roboter und bedrohen die Bauarbeiter. Dann fliegen sie mit dem erbeuteten Material davon. Die stillenden Kolosse sind Constructicons, teuflische Kreaturen, die sich Megatron ausgedacht hat, um seine Armee in ihrer Kampfkraft zu stärken. Das gestohlene Metall benötigt Megatron, um einen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Er lässt eine Maschine bauen, mit deren Hilfe er alle einzelnen Kräfte der Decepticons zu einer Kraft vereinigen kann. Während seine Männer an der Maschine arbeiten, erscheint Megatron im Hauptquartier der Autobots und fordert Optimus zum Duell heraus. Nach den Gesetzen von Cybertron muss der im Kampf Unterlegene mit seinen Leuten für immer ins Exil gehen. Optimus nimmt die Herausforderung an. Er hofft, dass mit dem Duell der unselige Krieg sein Ende finden wird. Bald ist die neue Maschine einsatzbereit. Megatron lässt seine Männer antreten, damit jeder von ihnen seine Energiereserven an ihn abgeben kann. Nacheinander gehen die Decepticons zu der Maschine. Energiebündel und Lichtblitze jagen durch den Raum und werden von Megatron absorbiert. Außerhalb der Basis kommen unterdessen die Constructicons den Befehlen von Megatron nach. Sie verwandeln sich in riesige Baumaschinen. Die Stunde des großen Zweikampfes zwischen den Anführern der Autobots und Decepticons ist gekommen. Die Autobots vertrauen fest darauf, dass Optimus gewinnen wird. Doch die Hoffnung trügt. Schon zu Beginn des alles entscheidenden Kampfes gerät Optimus in die Defensive. Wegen seiner Superkräfte kann Megatron dem verhassten Gegner schwer zusetzen. Optimus hat keine Chance gegen jemanden, der sich sogar unsichtbar machen kann. Eine völlige Niederlage zeichnet sich für Optimus ab, der den Angriffen seines Feindes nicht gewachsen ist. Unterdessen dringen die Constructicons in die Basis der Autobots ein, um Teletrain 1 zu zerstören. Die Deinobots jedoch sind auf dem Posten und können die Eindringlinge nach kurzem Gefecht in die Flucht schlagen. Aber die Constructicons geben so schnell nicht auf. Sie formieren und verwandeln sich in den größten Roboter, den es jemals gegeben hat. Tapfer attackieren ihn die Deinobots, aber gegen ein solches Kampfmonster sind auch sie auf die Dauer machtlos. Mithilfe von Teletrain 1 kann Ship hinter das Geheimnis von Megatrons plötzlichen Superkräften kommen. Das bedeutet für Optimus, dass er nicht mehr an das Versprechen gebunden ist, ins Exil zu gehen. Der Krieg wird fortgesetzt. Nun schicken die Autobots dem Decepticon-Monster einen noch größeren Roboter entgegen. Der jedoch ist nicht real, sondern nur eine optische Täuschung, ein holographisches Bild, das von dem Autobots in den Raum geworfen wurde. Das Decepticon-Monster ist total verwirrt und wagt den Kampf nicht mehr fortzusetzen. Die Autobots können ihn für sich entscheiden. Bei einem Handgemenge mit Optimus Prime stürzt Megatron in einen tiefen Abgrund. Die Zeichnungen zwischen den Stickerns zeigen weitere Szenen aus der Episode. Zuerst Megatron, leider nicht so gut getroffen, dann im Kampf mit Prime und einen zuschauenden Starscream. Das Duell war eigentlich als letzte Episode der Staffel konzipiert, was gut zur Handlung passt, aber letztlich wurde die Reihenfolge geändert. Kontinuität war damals noch nicht relevant und den Machern war es ehrlich gesagt am wichtigsten, dass die Kids unterhalten werden, damit sie die Toys kaufen. Wieder folgt ein Charakterporträt. Inferno. Gruppe Autobot. Funktion Rettung. Fähigkeiten. Er kann sich in ein Feuerwehrauto verwandeln und als solches jedes Feuer löschen. Als Autobot schießt er mit einer Feuerlöschkanone. Sein gepanzerter Körper ist mit einer 8000 Grad aushalten kann. Inferno wird auch als Kämpfer eingesetzt. Aus den Unterarmen schießt er Raketen ab. Leider hat er zwei große Fehler. Er ist sehr schwerfällig und führt nicht immer erhaltene Befehle aus. Wie zuvor der Decepticon Jet Trust ist Inferno ein Charakter aus der zweiten Staffel. Die letzte Geschichte im Album heißt Der Kampf in den Bergen und ist die 15. Episode Fire on the Mountain. Auch sie ist bisher nicht in Deutsch synchronisiert und gesendet worden. Die Autobots erreicht die Nachricht, dass eine große Menge Edelstahl entwendet wurde. Mithilfe des von Spike gebauten Satelliten finden sie rasch heraus, wo der Edelstahl gelagert wird. Das Versteck befindet sich in einer alten Inkeruine in den Anden. Hier gehen die Decepticons seit einiger Zeit einer geheimnisvollen Tätigkeit nach. In der Pyramide befindet sich der Kristall der Macht, ein Stein mit unglaublichen Energien. Diese Energien benötigt Megatron zum Bau einer neuen Waffe aus dem gestohlenen Stahl. Diese schreckliche Waffe wird zum ersten Mal gegen den Aufklärungssatelliten der Autobots eingesetzt. Das Resultat ist verheerend. Der Satellit explodiert in der Luft und ein greller Blitz erhält den Monitor von Teletrain One. Die Autobots machen sich nun bereit zum letzten entscheidenden Gefecht mit den brutalen Decepticons. Die Menschen in der Stadt unterhalb der Pyramide laufen nach der gewaltigen Explosion aufgeregt ins Freie. Aus alten Erzählungen weist die Großmutter der kleinen Luisa um die geheimnisvolle Kraft und Energie des Kristalls. Sie ist so gewaltig, dass seine Energie sogar Teile von Megatrons neuer Waffe zum Schmelzen gebracht hat. Im ewigen Eis der Arktis versuchen einige Autobots, den verschütteten Jetfire zu befreien. Es gelingt ihnen sogar, ihn zu reparieren und wieder einsatzfähig zu machen. Jetfire fängt einen Notruf der Autobots auf, verwandelt sich in einen Kampfjet und fliegt mit seinen Befreiern zurück zu Optimus und dessen Leuten. Optimus hat herausgefunden, dass Megatron sich gewaltsam Zugang zu einer Gießerei verschafft hat, um dort größere Mengen von Eisenerz zu entwenden. Seine Gier nach Stahl ist unersättlich. In der Gestalt von Supertrucks donnern die Autobots auf die Gießerei zu. Mit voller Kraft rammt Optimus seinen fasten Gegner, der dem Angriff nicht mehr ausweichen kann. Zur selben Zeit werden die Arbeiter in der Gießerei und die Bewohner der Stadt von den Decepticons terrorisiert. Erschrocken sieht die kleine Luisa dem Treiben der brutalen Roboter zu. So etwas Schreckliches hat sie noch nie gesehen. Da taucht Spike mit dem Autobot-VW-Käfer Bumblebee auf und bringt das Mädchen in Sicherheit. Megatron hat sich mit seinen Decepticons in die Pyramide zurückgezogen. Sie feuern aus allen Rohren auf die anstürmenden Autobots. Wird dieser Kampf die Entscheidung bringen? Die neue Waffe ist repariert worden und kommt wieder zum Einsatz. Doch wo ist Jetfire? Er allein kann Megatron stoppen. Spike und Luisa finden seine Spur und geraten durch einen Geheimgang in das Innere der alten Pyramide. Hierher haben ihn die Decepticons verschleppt, kampfunfähig gemacht und seine Systeme abgeschaltet. Doch dem findigen Spike gelingt es Jetfire-Schaltkreise wieder neu aufzubauen und den Wissenschaftsatz von Cybertron zu reaktivieren. In der Gestalt eines Kampfjets donnert dieser im Tiefflug auf das Schlachtfeld zu und zerstört sofort Megatrons neue Waffe. Optimus stürmt die Pyramide, ergreift Megatron und schleudert ihn in die Tiefe. Wieder einmal, aber bestimmt nicht zum letzten Mal müssen sich die Decepticons geschlagen geben und abziehen. Die Autobots stellen den Kristall der Macht wieder an seinem Platz in der Pyramide zurück. Damit ist der Energiefluss aus dem Erdinneren gestoppt. Diesmal zeigen die Zeichnungen die Inca-Pyramide, ein toll getroffener Laserbeak, die Autobots Prime und Ironhide im Kampf und die Decepticon-Jets. Die finale Sticker-Seite umfasst den Charakter des Dinobots Swoop. Gruppe Dinobot. Funktion Bomber. Fähigkeiten kann sich in einen Pteranadon verwandeln. Er besitzt unter jedem Flügel eine Vorrichtung zum Abfeuern von Luft-Luft-Raketen. Sie haben eine Reichweite von rund 10 Kilometern und eine Sprengkraft von 2500 Kilo TNT. Als Roboter kämpft er mit einer Raketenpistole und einem 4000 Grad heißen Thermalschwert. Unter seinem erschreckenden Äußeren versteckt sich ein sympathischer Charakter. Die vorletzte Seite umfasst die Nachbestellinformationen. Hier hat sich allgemein betrachtet nicht viel zu heute verändert, abgesehen vom Preis. 10 Pfennig pro Bild war schon etwas. Die Rückseite zeigt ein wunderbares Motiv aus der Das-Duell-Episode mit den Autobots Prime, Ironhide und Bumblebee sowie ihre menschlichen Freunde Sparkplug, Spike und Chip. Zusammenfassend kann man anmerken, dass die Reihenfolge der hier gezeigten sechs Episoden nicht mit jenen der Cartoons übereinstimmt. Alle stammen aus der ersten Staffel, welche inklusive Pilot 16 Folgen hatte. Interessant ist auch die Auswahl der sieben Charakterseiten. Optimus Prime und Megatron als Anführer absolut nachvollziehbar. Es folgen drei Dinobots mit Slack, Snarl und Swoop, Trust und Inferno. Sieben Figuren, wovon fünf Autobots und nur zwei Decepticons sind. Etwas unausgeglichen. Dann noch mit Trust und Inferno zwei Figuren, die nicht in den Bildern des Albums vorkommen. Hier ist man vermutlich nach Vorlieben von Jungs gegangen, ohne sich mit dem Cartoon-Inhalt zu befassen. Man dachte wohl, Dinos ziehen immer, wobei ich nicht verstehen kann, dass man sich nicht für Grimlock, dem T-Rex, dem Anführer der Dinobots entschieden hat. Dann musste noch ein Jet und eine Feuerwehr her. Anstatt Trust wäre er Starscream passender gewesen. Heute würde man sich wahrscheinlich anders entscheiden. Wenn ich, abgesehen von Optimus Prime und Megatron, fünf Charaktere bezogen auf den gezeigten Episoden auswählen dürfte, wären es Grimlock, Bumblebee, Mirage, Starscream und Soundwave. Habt ihr einen anderen Vorschlag? Schreibt ihn in die Kommentare. Das Album selbst ist für mich natürlich Kindheit pur und weiß mich noch heute zu begeistern. So sah damals die Stickertüte aus, zeigte einen Teil des Album-Cover Arts. Hier ist ein Panini-Werbesticker mit vier Selbstklebebildern, der dem Yps-Heft oder der Miggy Maus beilag. Teils waren solche Sticker auf eine entsprechende Werbeseite geklebt. Solche habe ich jetzt nicht, wenn, reiche ich sie in einem Upgrade-Video nach. Es gab keine Bildvariationen bei diesen Werbungen. Die Rückseite ziert neben einem Lego-Baukasten-Gewinnspiel, was natürlich passt, einen Prime und das Album-Cover. Dazu der passende Text. Das große galaktische Abenteuer. Roboter im Kampf für den Frieden. Die neue Superserie mit den spannenden Abenteuern der Autobots und Decepticons. Album und Sammelbilder bekommst du überall, wo es Zeitschriften gibt. Ebenso gab es 1990 diesen Panini-Club-Post-Werbeflyer. Hallo Freunde! Hier die große Neuigkeit für alle Science-Fiction-Fans. Die Transformers sind auf der Erde gelandet. Das große galaktische Abenteuer. Roboter im Kampf für den Frieden gibt es ab sofort als spannende Sammelbild-Serie von Panini. Natürlich warten auch wieder galaktische Preise auf euch. Wir verlosen 10 Transformers-Packungen von Hasbro. Aufgeklappt zeigt die Rückseite zwei weitere kultige Stickeralben. ALF und Care Bear News, also Glücksbärchen-News, sowie einen Lego-Baukasten-Gewinnspiel. Also gibt es zwei Gewinnspiele in diesem Flyer. Die Innenseite behandelt Transformers, zeigt eine Doppelseite aus dem Album und einige Zeichnungen. Diesmal leicht, naja, einfach koloriert. Dazu ein Einleitungstext. Angefangen hat alles vor vier Millionen Jahren. Damals lebten auf dem Planeten Cybertron zwei rivalisierende Transformers-Gruppen. Die friedlichen Autobots mit ihrem Anführer Optimus Prime und die Decepticons mit ihrem machtrungrigen Chef Megatron. Beide Gruppen bekämpfen sich mit all ihren technischen Möglichkeiten. Doch plötzlich wurde Cybertron aus der Umlaufbahn geworfen. Die Transformers landeten auf der Erde und verfielen in einen tiefen Schlaf. Dieser Schlaf dauerte vier Millionen Jahre. Jetzt sind sie wieder aktiv. Und die Auseinandersetzung zwischen Autobots und Decepticons ist wieder in vollem Gange. Ihr könnt die galaktischen Abenteuer miterleben. Im neuen Panini-Sammelalbum Transformers. Wer dazu noch alle Bilder sammelt, hat schnell ein richtiges Science-Fiction-Album. Album und Sammelbilder bekommt ihr überall, wo es Zeitschriften gibt. Wer hat bloß dazu gedichtet, dass Cybertron aus der Umlaufbahn geworfen wurde und die Transformers in einen tiefen Schlaf fielen, klingt etwas nach Dornröschen. Allgemein finde ich diesen Text etwas besser als die Einleitung aus dem Album selbst. Im ausgefeiteten Flyer findet sich das Transformers-Gewinnspiel. Gerne würde ich wissen, welche Transformers-Packungen oder Toys zu gewinnen waren. Zu sehen sind Schwarz-Weiß-Artworks der beiden Anführer. Transformers auf der Erde gelandet. Nach vier Millionen Jahre Ruhe sind die Transformers jetzt wieder in Action. Wisst ihr eigentlich, wie die Anführer der beiden gegnerischen Gruppen Autobots und Decepticons heißen? Tragt die Namen in den Gewinn-Cupon ein. Und mit etwas Glück könnt ihr eine von zehn Transformers-Packungen von Hasbro gewinnen. Es folgen Anweisungen, wohin zu schicken ist und wann der Einsendeschluss ist. Wisst ihr die Antwort auf die Gewinnspielfrage? Die Antwort verrate ich euch jetzt natürlich nicht. Gut zwei, drei Jahre später, also so um 1992, 1993 erschienen die Transformers-G2-Spielzeugreihe. Mit dem Generation-2-Logo ist auch ein Panini-Album erschienen, aber nicht in Deutschland, eher Osteuropa. Ich habe es leider nicht selbst, kenne nur Bilder davon. Gerne würde ich dazu auch ein separates Video machen. Wenn es also jemand von euch hat, schreibt mich gerne an. Vom Cover und den Stickertüten her sieht es gleich aus, doch von den Bildern aus dem Album ist es anders. Es werden ebenso gleiche Folgen aus der ersten Transformers-Staffel in Bildern erzählt, doch mit anderen Motiven. Dazu gibt es Charakter-Sticker auf weißem Hintergrund und auch die Hintergrundzeichnungen zeigen aktuellere Transformers-Figuren. Mehr weiß ich leider nicht darüber. Und damit sind wir am Ende angelangt. Danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!